Ich begrüsse Sie ganz herzlich zu unserer Abschlussveranstaltung von PalDigi Masterclass. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen aus dem Eidgenössischen Parlament, geschätzte Referierende, geschätzte Gäste, es freut mich sehr, dass wir heute zum vierten und leider bereits letzten Termin uns austauschen können und wieder zwei sehr spannende Referate hören werden. Heute geht es um die Regulierung, einerseits um Regulierungsfragen im Bereich der künstlichen Intelligenz und auch um die ganzen Regulierungsfragen im EU-Datenraum. Da gehört ja die Schweiz auch dazu. Das ist für uns ganz zentral, was auf europäischer Ebene beschlossen wird und was das für Auswirkungen für die Schweiz hat. Das heutige Programm sieht wie folgt aus. Wir haben zwei interessante Referate. Zuerst werde ich dann das Wort gleich an Florent Duvenet übergeben von der Universität Zürich. Im Anschluss wird dann Julia Fitzpatrick von Swiss Data Allianz referieren und danach wird es eine Diskussion geben mit den beiden Speakers und mit Abraham Bernstein von der Universität Zürich. Moderiert wird das Ganze dann von Markus Christen und Matthias Stürmer unserem Geschäftsführer von Paldigi. Zum Abschluss dieser vierten und letzten Veranstaltung werden dann an die teilnehmenden Parlamentarierinnen und Parlamentarier als Anerkennung für diese digitale Weiterbildung wird das Paldigi Masterclass Zertifikat, die Bescheinigung abgegeben, die wir dann sicher stolz bei uns zu Hause an bester Stelle aushängen werden. Nun übergebe ich gleich direkt dem ersten Referenten und bin gespannt auf Ihre Ausführungen. Herr Florent Duvenet, ich mache den Platz gerne für Sie frei.